Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf NF Marsch im Marsch-Crimi, ja, 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 es ist wieder soweit, NF Marsch, also, ich fahre den gerade drüber, ich habe hier Mission auf Feld 76, man kann den nämlich rein theoretisch dann anfallen, was zu machen, ne, so ist der Plan. Also, wir haben ja letzte Folge auf dem nächsten Ingame-Tag gespielt, haben einiges jetzt zu tun, richten den Board nebenher, ne, damit der nicht so zauserlich aussieht und fangen jetzt an hier, rum zu tüten, ne, rede gar keinen Sinn, ne, so läuft der Plan, oder so soll es laufen. Wir können unsere Produkte verkaufen, ich habe den MRN aber erstmal dort zum Hof geschickt, der muss ja repariert werden und getankt werden, ne. Ich habe das immer noch vergessen, dass ich bei manchen Maschinen das noch automatisch drin habe, da muss ich auch mal aufpassen, ne. Feld 76, Lavendel, gut. Sind wir auch gleich doof. Richtig? Richtig, guck mal. Da müssten wir eigentlich auch einen Kurs haben, ne, lauter Audermannse. Weil, das haben wir nämlich hier schon mal gemacht, erster Wegpunkt, kein Kurs, hier, Feld 76, Feld 76, da, Kurs laden, aktivieren, danke. Nächster Wegpunkt, mach mal eben schon mal, brauchen wir noch einen Abfahrer, ne. Äh, ich habe den Magnum schon fertig gemacht, dass der hier gleich hin betütern kann, ne. Die vier gerade zum Hof, du kannst gerade noch stehen bleiben, ich muss mich selbst auch ästertieren, du kannst noch nicht sehen, da sehen wir meist, ne. So, du musst auf jeden Fall mal repariert werden. Und getankt. Dann kannst du direkt Wolle mitnehmen. Na, Helge, du alten Spattelkopf, wie ist die Lorge? Mach mal fertig hier den Lorden. Äh, das ist schon mal ganz gut, wenn der direkt Wolle mitnehmen, ne. So, wir gucken mal in der Zeit auf unseren Flächen, was da so vor sich ist. Hinterreif waren ja nur zwei, ne. Ja, Kartoffeln können wir noch ernten, unsere Luzerne-Fläche ist auch schon wieder erntereif. Okay. Da sind sie ja gerade am Romtücher, wenn sie es hinkriegen, ne. Da können wir ernten. Ja, ja, ja. Nächsten Linke im Tag ist Krasala, ne. Da ist bei uns fast alles reif, ey. Heiliges Blechlecher. Kriegen wir hin. Aber ich wollte jetzt eben was gucken. Auf der 22 ist Unkraut. Da müssen wir dann mal gleich die Feldspitze los schicken, ne. Bist du immer noch... Warum tankst du? Ne. Ist die Zapfe leer oder was? Komm, ne vorne. Und das muss man schon wieder zukaufen. Ich muss noch tanken. Ich muss noch tanken. Oh, ne. Oh, ne. Ich stehe mich richtig dran, oder was? Ah, ich weiß, warum. In Autoload, ne? Ja, okay, dann muss das jetzt noch irgendwie so gehen. Die Pummi, da kann ja auch so noch vorn. Mach mal wieder. Wir müssen sehen, dass das jetzt hier mal an Bach kommt. Denn, äh, ja, der eine Ruder ist auf der Ecke, die andere geht gleich in Lohn. So ist der Plan. Dass eine Ruder in Lohn ist und eine Schick. Ey, mehr Wolle haben wir hier, ne? Was ist das denn für ein Schick? Wieso habt ihr hier kein Gras mehr drin? Was soll die Schick genommen denn hier? So doof. So. Jetzt aber, lange Rede, gar keinen Sinn. Hängen wir das Moped an? Nein, natürlich nicht. Ich baue Wolle hier. Ne, rückwärts kommen wir schon drin. Danke fürs Gespräch. Oh, ich bin noch müde, ne? Svenja hat gestern sich ein neues Spiel gegönnt, ne? Ja, es hat vier Stunden gebraucht, bis das runtergeladen war. Und dann... ...hab ich das gestern noch eingefangen, ne? Und war jetzt aber auch ruckzuck sehr spät. Sagen wir, wie es ist. Alter, musst du durch, ne? Alter, ich hab auch Videos aufgenommen. Von Arno 1800, ne? Ich hab mir das Spiel mal gegönnt. Ich hab noch keinen Plan, wie das so ist. Also ich hab da gestern schon reingeguckt. Also ich find das cool, aber... ...muss auch mit der Steuerung klarkommen, ne? Ich hab immer noch kein Submehl dafür. Und ich hab mir so gedacht, so als nette Abwechslung mal zwischendurch, ne, Leute? Oder mal was anderes, ne? Doch, ich schlafen brauchen wir. Wieso die denn? Ach, hab ich ja liegen gemacht. Ich frage mal einfach auf Wasser. Ich frage mal in den Leben. Das haben wir. So. Aber wir müssen noch Gülle umheizen, ne? Müssen wir auch noch machen. Nicht schon richtig und wichtig. Bah, wir müssen auch noch Ställe umbauen, ne? Ah, wir müssen noch einen Stall bauen. Wir müssen ja Tiere umfahren und alles. Einiges Blähnchen. Jetzt kommen die grauen Gehirnzellen wieder, dass wir hier ein bisschen sehr viel zu tun haben. Schikram, Schikram. Rinderstall müssen wir auch noch bauen, ne? Und mehr Gülle ist hier überhaupt nicht? Okay. Aber die Gülle würde ich ja ganz genau behalten. Aber ich habe den Pott, glaube ich, falsch umgesetzt. Das ist mein Gemeintin. Gut, der ist auch Tor. Der muss nämlich auch gleich wieder los. Wir müssen hier eben noch so ein bisschen zapfen, ne? Ja, nächster Ingame-Terrier ist immer Stress pur. Sagen wir, wie es ist. So, das machen wir gleich. Was macht ihr hier? Ich finde nicht das, was ihr sollt, ne? Und davon richtig gut. Das sieht auch nochmal in meinem LKW. Nehmen wir den jetzt wieder, ne? Voll bist du noch nicht, ne? Jetzt bist du voll. Aber die Saugen vor mir in den Beinen, ne? Ja, fuck. Fuck, nee. Einfach machen lassen. Äh, das, 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 das. Das ist ziemlich planlos. So läuft das immer ganz gut. Nee, ist auch schön. Okay. Habt dies mal geklappt? Von ganz an und rein? Ich bin ja ein Glück mehr. Nicht wohl groß. Vorne mal hin. Die nächste Rutsche-Formel-Werber rüber. So, du kriegst vorne das Ding ab. Ist sogar noch angewählt. Und fährst du nämlich nur Lavendelabfall. Sicher ist sicher. Das, das läuft. Das Ding kommt hier hin, hab ich gesagt, ne? Hier stand's nämlich eben, ja. So, was ist mit einer Pflanzmaschine eigentlich hin? Cool. So, ein Glückwitzgang reingeklappt. Du musst ein Opfer auf Felsen 76. Hm, passt noch. Ähm, Felsen 76. Äh, da ist das noch immer drin. Das kommt bestimmt zu mir hin. Ähm, hier hin. Äh. Duft ja nicht fehlen, ne? Also, pfff. Schwieriges Ding. Äh, Viertnerei. Wollte ich mir auch denken können. Das mal weg. Das mal weg. Das mal weg. Das kommt weg. Verkaufsstelle. Viertnerei. Alles klar. Mach mal Kassala. Das läuft. Ähm, das dem kann er jetzt mal ab. Können wir irgendwie das Pflanzenschutzauto dran machen, ne? So, ich hab's ja planen. Kann der nämlich schon Feld 22 unkrauten. Und wir müssen gucken, was wir noch alles dümmen müssen später. Das ist ein Trauma, ne? Ein Trauma jaugt, ich das nächste. Fast nix mehr drin hoffen. Hier haben wir noch ein bisschen Pflanzenschutz. Okay. Das wär echt premium. Ja, die klingt doch wie Möhre, ey. Oh, die ist zum Füttern. Da muss die Lachen auf der Reine. Ah, hier geht's Blechle. Wir haben echt viel zu tun heute. Was wird das jetzt alle wieder ein Laufen haben? Wir haben noch nix verkloppert. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, die ist voll, das ist gut. So, wie wir, ich hab gesagt, 22 muss sie hin, ne? Da kann ich schon mal hinfahren. Aber wir haben noch einen Kurs, ne? Feld 22. Hier, ja. Wir haben doch nur 28. Ja. Das Laden aktivieren. Hier ist der Punkt, alles klar. Hier hin. Guck mal, was kommt. Da kommt jetzt. Da hin. Hier hin und los. Danke. Das läuft. Du kannst ja erstens stehen bleiben, obwohl wir müssen dann nachher dran, ne? So, das haben wir. Hier ist ein Stüssel. Wir brauchen den. Was hast du eigentlich davor? Das ist doch jetzt Premium, ne? Oh, gut. Da ist noch Kohl dran, ne? Kohl kann ab. Denn wir haben... Mission. Zwiebeln. Ja. Fangen wir mit 29 an, ne? Bring mal die Kutschneut weg, weg. Ach, da steht mein Pflanzauto. Ich dachte schon, wo ist das hingekommen? Wie steht das? So, wie ist das denn jetzt? Zwiebel. Ist, glaube ich, der da hinten? Ne, du bist Zwiebel. Guck mal, guck mal. Auf Anhieb gefunden. So, du wirst es zwar übel machen. Damit das auch läuft, ne? So ist der Plan. Ah, der ist ja hinten hinten. Vielleicht ist der schon da. Ich hab gesagt, Feld 29. Alles klar. Feld 29. Du fährst mal hin. Danke. Die sind noch nicht so weit. Der steht noch gerade dumm. Sehr typisch heute ist so bähig, man. Fast nix an Wolle heute. Ist nicht viel. Wie sagen wir, wie es ist? Fast gar nix. Aber hier ist auch noch Mist, ne? So, El. Kommen wir eben aus. Bringen wir eben rüber zur Textilfabrik. Die ist ja, glaube ich, hier um die Ecke. Laut oder am Riese. Dann nehmen wir das mit, was da ist. Verkaufen das. Was für ein cooler Rahmen haben, haben wir ein cool, ne? Das ist nicht hier, ne? Wenn wir dann rumkommen. Das gibt's hier mal richtig coole heute, ne? So, gehen wir eben hier hin. Textilfabrik. Wir müssen anfangen, alles fertig zu machen, ne? Einiges gleich noch. Auslagern. Okay. Auslagern. Okay. Auslagern. Okay. Danke. Ich hätte ja aber nicht alles ausgelagert, oder? Besüppelt. So, das haben wir. Wenn ich jetzt noch was sehe, bin ich der Held von dem Feldfeld. Richtig? Richtig. Mann, ey. Voll ist auch schon da. Guck, ist voll. Das ist nie kaputt. So, fang mal wieder an. Wir hätten doch noch lieber zum Auslagern, oder? Auslagern? Alles, ja. Okay. So, wo bringen wir da? Ah, ich kann nur hier gucken, oder? Kleidung. Aldi. Uh, wir fahren zu ALDI. Alles klar. Vom verkauf ALDI. Wenn du Dombys, das ist bescheuert. Kollege. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs zu gucken bis hier. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.